hallo liebe freunde willkommen bei savagelands mit der heidi und ich bin auch dabei der meck hallo und wir haben ja in der letzten folge gesagt wir wollen so einen wooden check mal bauen und da suchen wir uns jetzt erstmal einen platz für was meinst du denn ich weiß es nicht dass wir zusammen entscheiden ich weiß ehrlich gesagt echt keinen guten platz hier gerade ich hätte jetzt einmal gedacht eventuell hier da wo ich stehe oder ich komme gleich komme gleich ich sehe dich gerade nicht hier hier unten ich würde es weiter nach dahinten platz hier oder aber oder aber warte mal direkt in der mitte sieht ja doof aus hier hin eventuell hier oder in die richtung wo ich gerade stehe so dann sieht man das ja gar nicht so richtig von dort also ja aber es ist dann so ein zusammenhängen des häuser komplex dingens das mal kurz rein gucken was wir hier alles noch so haben ja gut auf meinetwegen kann man ihn da hin bauen aber da ist ein stein das ist das problem muss man hier schlecht hinsetzen hier kann ich nicht hinsetzen wegen dem stein und weiter vorne da wo ich gerade stehe auch nicht weil da ein holzstamm liegt dann können wir weg machen wir haben ja nur ein paar extra rumliegen irgendwie sind fast alle kaputt sollten mal ein paar reparieren ja welcher ist im weg dieser hier ja ja okay es geht allerdings immer noch nicht das geht nicht dann könnte man dort wo gegenüber jetzt hier hin meinst du ja da wo du drin stehst da könnte man hinsetzen okay wir müssen achten holen ja das geht ja eigentlich sogar wo sticks brauchen waren da ist wieder also die sind die nerven richtig ne ja bisschen penetrant wo sticks ich finde keine wo sticks wir haben glaube ich auch keine mehr dann brauchen wir noch welche willst du welche ja ich brauche jetzt erstmal eine axt da ist eine ich weiß ja nicht ob die ausreicht dafür ich nehme mir so eine metal axe nehme ich mit ja so dann gehe ich mal los mittlerweile muss man schon so arsch weit gehen damit man überhaupt holz kriegt ja stimmt ah da könnten wooden sticks sein wie viel winsticks brauchen wir noch 17 stück glaube ich ne ja ich glaube warte ja 17 dann ich hab mal die ganzen woodlocks aufgefüllt super äh woodlocks die lager voll meinst du ja auch aber beim haus jetzt war nicht achso okay gut wir wollten ja noch lampen ähm bauen für diese town hall ne ja das können wir auch machen ja lass uns erstmal das wooden check machen oder und dann machen wir die lampen ne ja dann können wir das alles mal zeigen das klingt gut so mittlerweile haben wir schon ziemlich viel wolfsfell wolfsfell dass ich es heute noch rauskriege ja aber leather heights fehlen uns noch ganz schön massiv ne mhm irgendwie sehe ich die öfters naja hier krieg ich nur woodlocks oder war hier grad ein woodstick noch ne ne war keiner ich musste jetzt erstmal das steinaxt wieder reparieren sonst kann ich hier gar nichts machen die sind so schnell kaputt ja die gehen echt extrem schnell kaputt ne ja ich höre den drachen schon wieder aber der ist noch weit weg ne ja ja oh ich sehe schon wieder zwei wölfe ey diese Viecher die nerven so ne mhm hey dodi ihr seid im meinjördgebiet das ist nicht euers wir wollen ja ich habe... ranzeptiers und natürlich blute ich schon wieder mhm so ein Scheiß können uns mittlerweile von denen schon ernähren ja das tun wir schon die ganze zeit so ich habe jetzt 22 gut sticks das dürfte ja erstmal ausreichend doch da rutscht einer runter noch ja gut woodlocks müssen wir ja auch immer immer mal wiederholen ja heute ist das spiel ein bisschen laggy bei mir muss ich zugeben sagen heute haben wir relativ viele wölfe aber nie legen tut es heute bei mir mal ausnahmsweise nicht so ich komme es ist gut ich koche also an der einen stelle kommt man nicht hoch hier ne hier sind noch ein paar skelette die noch mal mit ne vielleicht wegen bonedust oder so oder soll ich entgegenkomme nö ach die kriege ich schon alleine hin wobei doch du könntest ich habe noch genug zwei stehen einfach nur so ehrlich gesagt nicht gerne machen sie sehr gerne nicht jetzt nie so toll close strats habe ich gefunden das ist gut richtig wichtig ne ja mit denen kommen wir auch im haus da die sachen an finden ja man sieht das wurden das woodcheck ein bisschen zumindest aber da rennt schon wieder ein wolfsrudel vorbei bzw es ist nur einer einer geht ja noch mal alleine so dann knall ich das mal hier rauf die woodsticks und dann steht das ding super das nächste gebäude ist fertig leute leider in der falschen richtung naja egal muss wirklich so schlimm ist doch nicht so schnell auch das ist doch nicht so schlimm kommt drauf an von wo man sieht so jetzt habe ich hier noch so ein paar berries die sollte ich mal nehmen weil ich habe jetzt nicht mehr so viel zu essen so hier kann ich ein paar woodlocks wieder rein ah in dem kannst du auch ne ne fackel anzünden echt ja ja dann warte mal dann gucken wir gleich mal wie das geht gehen wir aber erstmal in die town hall würde ich sagen ja genau da haben wir auch noch mehr fackeln ne ja da fehlen eigentlich nur noch diese cold clothes shreds ah diese 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 berries die stellen nicht zwar nicht den appetit richtig wieder her sondern mehr die gesundheit welche diese roten beeren da auch ok mal gucken mal kurz rein hier in die town hall hast du soweit alles damit wir diese dinge anzünden können mhm jawoll cool das bleibt das bleibt an ne da kannst du nichts damit machen glaube ich hoffe ich mal ich hoffe die bleiben lange an ich hätte noch im clothes shreds falls wir die noch brauchen ja warte mal also drei stück hätte ich hm ich kann gleich ich hole jetzt noch kohle und was war jetzt nicht ich glaube flint und dann können wir das im anderen haus ja auch noch anzünden in diesem ähm in dem neuen ja und im steinhaus gibt es auch so eine fackel drin wirklich ok ja warte mal ich komm mal wo fangen wir an im steinhaus ja gehen wir mal ins steinhaus aber ich hab nur drei stück ne also ich hab eins ok gut dann würde das ja exakt ausreichen tada schön 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 es werde licht ja so und jetzt das letzte noch also wenn man die wenigstens mal irgendwie jetzt fehlen die zwei noch von dir du hast doch noch zwei oder ja genau dann haben wir es perfekt getimt tada wir haben licht das ist doch spitze ja und es schaut auch so aus als würde so bleiben hier ja ich denke auch das licht ich denke auch ja ja auf jeden fall echt cool ich bin mal gespannt wie das nacht aussieht also was jetzt echt cool wäre im spiel wenn das wenn man noch irgendwie so fackeln noch so generell noch mal irgendwo hinstellen könnte ja das sieht doch innen drin nicht nur diese lagerfeuer die immer ausgehen das stimmt ich bin ja auch der meinung wollten wir nicht einfach mal so eine schatztruhe mal beziehungsweise so eine truhe mal bauen haben wir ja auch noch nicht gezeigt ja ich würde sie tatsächlich in die town halls stellen würde ich auch sagen ich gucke mal kurz was braucht man denn dafür ich weiß jetzt gar nicht was wir da alles brauchen ähm sag an ich sammle ein fünf low quality metal ores zwei strong sinews und vier woodlocks ok das haben wir willst du die woodlocks äh ja eine dim torch genau die brauchen wir auch was brauchen wir für die 320 flints woodsticks und clothed strats ja die clothed strats haben wir nicht mehr ne bestimmt warte egal bau mal welche wir werden sicher wieder welche finden was bauen so ne lampe ich kann ja keine bauen weil ja ähm ja aber platzieren oder ne kann ich nicht okay warte wo bist denn du grad ich bin grad im haus was wollten wir jetzt bauen genau diese kiste genau ich leg's dir das zeug hier hin okay ähm was war so so und ich hab noch genau zwei sticks okay gut also sticks hab ich jetzt insgesamt äh acht oder wie viel brauchen wir wisst wie viel braucht wir jetzt können wir die hier bauen eigentlich ne quatsch ist doch blödsinn ich muss die an ein anderes dem hier bauen habe ich ganz vergessen So Okay Ich bin gespannt, wie viel Licht das ganze bringt Ah, vier Woodlocks fehlen Sticks, ich hab Sticks gesagt, ich bin doof Ja Ich bin doof, ich brauch Woodlocks So, vier Stück Gut, dass wir da auch nicht gerade wenig von haben So, crap Ich habe wieder fleißig gesammelt Ich habe eine So, jetzt tun wir die mal da rein Komm rein, komm rein Die legen wir jetzt mal hier in die Mitte, oder? Oder was meinst du? Ich würd's ja hier irgendwie so, so, so am Ende des Ganges So ganz feierlich Wie so'n halben Thron Wo kann ich die jetzt denn hin tun? Ich hab die jetzt angewählt Ach, die muss ich hier irgendwo hinstellen So, achso, okay Naja Oh, da hat aber viel Platz Ich würde die gerne wieder aufnehmen Kann ich nicht aufnehmen? Das war jetzt gerade ein bisschen fail Das war ein bisschen fail, ja So mitten im Raum Das ist ein bisschen scheiße Naja Wie viel Platz hatten die jetzt eigentlich? Naja, geht eigentlich Von Slots her Wollen wir ein bisschen was reinlegen? So diese Vielleicht ein Na, ähm Das ist so ne Sache Steine vielleicht, oder so Ich weiß es nicht Oder vielleicht ein paar Waffen Ja genau, das wäre vielleicht auch gar nicht mehr so schlecht So Hämmer, Bögen, Pfeile So Zeug Wir haben ja so viele Hämmer Die rumliegen Ja stimmt Ein paar Hämmer nehme ich schon mal mit Oh Das ist dann die Hammerbox Die Hammergeile Hammerbox Oh ne Ne, ne? Ne Alter, wie viele Hämmer wir da haben, ey Braucht doch kein Mensch Ne, nicht wirklich Aber egal So jetzt legen wir das einfach mal rein Hier Lauter Hammer Sachen hier drin Oh Gott Das ist richtig Hammer Hammer, diese Folge ist richtig Hammer Oh mein Richtig Hammer Ich hab den Folgentitel Ja, glaub ich auch Das ist ne Hammer-Folge Hm Hammer Hammer Der ist Hammer gepackt Der ist Hammer gepackt Oh Gott Das ist schon fast, Alter Fast, aber auch nur fast Ja Ey, ich finde diese Town Hall Sieht echt richtig genial aus Da könnte man noch Ne, wobei, an der Seite Sind ja schon zwei Lagerfeuer Das sieht echt gut aus Finde ich auch Ja, was bauen wir denn als nächstes? Ich weiß es nicht Guck doch mal auf unsere Crafting-Klitzel Da gibt es auf jeden Fall noch was Ähm Hm Wooden Cage Wäre auch mal nicht so schlecht mal Wirst du denn da reinfallen? Da brauchen wir wieder so Voll viel Sin News Ja, ich weiß auch nicht Was das sein soll Wo Das ist ein bisschen doof hier noch Muss ich sagen Ähm Im Spiel Sind ja ganz viele Sachen Die man da so bauen kann Noch vollkommen nutzlos Ähm Hier steht auch nur drin Dass es für die Dekoration ist Wie alle anderen Sachen auch Diesen Banner of Conquest Haben wir auch noch nicht Ähm Ja, den können wir ja mal machen Genau Und dann haben wir dieses Wooden House Haben wir auch noch nicht Ne Das äh Braucht 60 Holz Und 35 Wood Sticks Ähm Oh Ich würde mal vorschlagen Ähm Diesen Banner of Conquest Machen wir auf jeden Fall auch noch Ja Den können wir theoretisch direkt hier daneben setzen Ne Neben diesem Crucifix Ne Ne Ich würde ein bisschen verteilen Damit wir so überall ein bisschen Dek haben Oder Ja gut Wir können ja überall da aber was hinkloppen Ne Können Ja Aber hier ein Banner Ich weiß nicht Den Banner sollte man vielleicht sogar An die Town Hall setzen Oder Was meinst du Ja Könnten wir Ich habe jetzt mal die ganzen Hammer sortiert Hier gerade nacheinander Die ganzen Lagerfeuer ausgegangen sind Und das Wooden House Das würde ich jetzt sogar teilweise Gegenüber von den Blacksmiths setzen Ähm Das würde ich jetzt eventuell sogar hier hinsetzen Ich weiß es nicht, oder? Ne Hier würde ich es nicht hinsetzen Weil hier haben wir ja den abgesperrten Holzbereich So Ja Aber ich meine Wir können ja noch einige Sachen auch doppelt bauen Ja Dass wir so ein kleines Dorf hier haben Oder aber Ja oder Da könnte man hier eventuell Dann müsste man Dann würde ich den eventuell sogar noch hier hinsetzen Ich glaube ich fange da mal an Ein paar Sachen da drin zu reparieren Heidi Ähm Ne Ich will erst mit dir absprechen Mit mir absprechen Ich komme Ja Ja falsche Richtung Ja Den eventuell hier hinsetzen Das können wir auch Das ist eben so ein bisschen abgelegener Ja gut Wir haben ja gesagt Dass wir das Das Dorf Mit dem Dorf hier verbinden wollen Ja dann Setz hier hin Mach Okay dann machen wir das Aber erst in der nächsten Folge In diesem Sinne Bewertet mal das Video Kommentiert Und ja Bis zum nächsten Mal Genau Tschö Tschö Tschö